Studenten der Freien Universität haben in den vergangenen Jahren wiederholt Ärger und Unwillen ausgelöst. Auf einer Veranstaltung stoßen randalierende Studenten den Rektor vor Mikrofon und terrorisieren die Versammlung. Sie verteilen Flugblätter, in denen ihre Lehrer als professorale Fachidioten bezeichnet werden. Ich wollte es einfach nicht länger hinnehmen, dass diese Gesellschaft jeder Art von gewaltlosen Protest wie Demonstrationen oder auch gewisse Filme immer nur als Bestätigung ihrer vermeintlichen Freiheit toleriert. Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. Musik Es geht natürlich nicht nur darum, ob man Bomben legen soll, in einem Kaufhaus, ob man Steine werfen soll. Es gibt einen gewissen Moment, und in diesem Moment geht es auch in diesem Film, wann man halt aufhören muss mit der Toleranz. Realität! 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 MalER Untertitelung des ZDF, 2020